easy und das aktuellste von heute morgen einer unter 1000 was haben wir hier nehmen den mit wir wasser dann immer die mit dann immer die mit bei den hier und den da einfach nur so um gefühl die pfm tatsächlich dann okay das macht auf jeden fall sind also wenn ein pilz von mir da drauf steht dann gibt es diesen wasser auch so 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 den finde ich also super strong diesen feuer typen den feuerpilz natürlich einfach hin man machte den hier der andere macht eins der andere macht blitz andere kümmert sich darum dass überall hier dieser dieser nebel passiert und so müssen wir noch ein bisschen heilen aber jetzt gehen wir nebenbei auch hin läuft super läuft der super 150 ich habe mich vorhin vielleicht ein bisschen drangestellt vielleicht auch die falschen pilze pilze mitgenommen gehabt aber das läuft doch immer einer unter 1000 geschafft action schaden ja so schwierig gesagt wenn da bin weil ich und das war es auch schon leider das war es schon von diesem event wenn es für heute kommen jetzt anscheinend noch zwei tage und ich bedanke mich fürs zuschauen fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge mitmachen und mitmachen und mitmachen und mitmachen und